Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Riepschle Schreiber. Heute das letzte Video unserer Schnittserie für diesen Winter. Wir beschäftigen uns diesmal mit dem Schnitt von Pfirsichbäumen. Alle Regeln, die wir hier jetzt bei Pfirsichbäumen erklären, gelten auch ganz genauso für Nektarinen und Tellerpfirsiche. Das Charakteristische am Schnitt von Pfirsichbäumen ist, dass sie bedeutend stärker geschnitten werden sollten als die anderen gezeigten Obstarten. Diesen starken Schnitt benötigen die Pfirsiche, um den sogenannten Warnfruchttrieb zu bilden. Bei dem Warnfruchttrieb bilden die Pfirsiche Drillingsknospen und bei den Drillingsknospen hat man immer außen zwei Blütenknospen und in der Mitte eine Holzknospe. Und diese Konstellation ist wichtig, damit man langfristig Früchte ernten kann und gleichzeitig auch wieder Triebnachwuchs hat. Wie wir auch schon in anderen Videos erwähnt haben, bedeutet starker Schnitt auch immer starkes Wachstum. Und dieses starke Wachstum benötigen Pfirsiche nicht nur für diesen wahren Fruchttrieb, sondern auch um eine gute Fruchtgröße und Fruchtqualität entwickeln zu können. Bei Äpfeln beispielsweise kann auch auf sehr schwachem, kurzem Holz tolle Fruchtqualität erzielt werden. Pfirsiche benötigen dafür oftmals ein Triebwachstum von 50 bis zu 80 cm. Ebenfalls sehr speziell beim Pfirsichschnitt ist die Wahl des Schnittzeitpunktes. Profis schneiden Pfirsiche bis zu dreimal im Jahr. Die Klassiker sind entweder der Sommerschnitt oder auch der Winterschnitt, Sommerschnitt nach der Ernte, sprich August bis Mitte September, Winterschnitt zum Beispiel jetzt im Februar bis in etwa Mitte März. Bei anderen Steinobstarten ist eher der Sommerschnitt zu empfehlen, weil der Pfirsich stark wachsen soll, ist hier auch im Profi-Amboturhaus ein Winterschnitt sehr oft ein Thema und wird oft durchgeführt. Wenn man jetzt von Winterschnitt spricht, ist es wie schon erwähnt, wichtig nicht zu früh zu schneiden, sprich nicht im Dezember oder Jänner, sondern nach der großen Kälte, eben Februar bis dann kurz vor der Blüte. Ein sehr guter Zeitpunkt ist auch zu schneiden, wenn schon sich die Knospen in einem rosa Knospen-Stadium befinden, sprich schon leicht geöffnet sind. Hier erkennt man bereits sehr gut, was Blüten und Holzknospen sind und man kann sehr gut abschätzen, was man im Endeffekt schneidet. Was ebenfalls zu dem Zeitpunkt der rosa Knospen beim Pfirsich sehr vorteilhaft ist, dass man zu diesem Zeitpunkt eine sehr gute Wundverheilung hat, die man vorher, speziell in den Monaten Dezember, Jänner, so nicht erzielen kann. Der dritte Schnittzeitpunkt bei Pfirsichen wäre dann zwei bis drei Wochen vor der Ernte. Weil Pfirsiche stark geschnitten werden müssen und auch mit starkem Wachstum reagieren, hat man oft im Sommer sehr dichte Bäume, steile Triebe im Inneren und diese werden in Form eines Belichtungsschnittes zwei bis drei Wochen vor der Ernte entfernt. Wir stehen jetzt hier in dieser Anlage gerade vor Bäumen der Sorte Polstorfer Weingartenpfirsich. Der Polstorfer Weingartenpfirsich ist eine sehr spätreifende, weißfleischige Pfirsichsorte. Reift ungefähr Mitte September, je nach Jahr und Witterung. Wir haben hier bereits zwei, drei Wochen vor der Ernte Ende August einen Belichtungsschnitt durchgeführt, haben dann auf den Nachernteschnitt verzichtet, weil bei so spätreifenden Sorten einfach keine ausreichende Wundverheilung mehr garantiert werden kann und möchten jetzt im Winter den Hauptschnitt durchführen. Und diesen werden wir jetzt auch gemeinsam mit euch machen. Wie schon erwähnt, gehören Pfirsiche bedeutend stärker geschnitten als die anderen Obstarten. Deswegen entferne ich hier immer wieder mit möglichst wenig Schnitten ganze Astpartien, bringe Licht in den Baum hinein, entferne jegliches hängende Holz, das ich am Baum finden kann, weil hängendes Holz immer eher schwach wächst und auf diesem hängenden Holz sehr kleine Früchte trägt. Und auch sehr charakteristisch ist das Durchführen eines Wechselschnitts vor allem im unteren Kronenbereich. Beim Wechselschnitt fühlen sich viele Leute vielleicht an den Weinbau erinnert. Gerade wenn man ein Spaliersystem hat, ist es der Klassiker, dass man im Weinbau Strecker und Zapfen schneidet. Das bedeutet, man lässt immer einen langen Trieb und einen kurzen Zapfen. Dieser wird im Weinbau meist auf zwei Augen geschnitten. Bei Pfirsichen belässt man sie etwas länger, beispielsweise fünf bis sechs Augen oder Scherenlänge. Das Prinzip ist aber das gleiche. Man belässt einen langen Trieb, schneidet darunter einen kurzen auf in etwa Scherenlänge. Diese kurzen Triebe dienen dazu, dass hier das Wachstum angeregt werden soll. Einerseits können auf diesen Trieben, die hier entstehen, dann große Früchte geerntet werden. Andererseits sollen hier die Triebe entstehen, auf die im nächsten Jahr geschnitten werden kann. Sprich, das dient der Holzverjüngung und beugt Verkahlungen vor. Wenn Pfirsiche zu wenig geschnitten werden, sieht man sehr oft, dass Äste teilweise meterlang kahl sind, kein Wachstum mehr haben, nur mehr ganz außen etwas wachsen und auch nur mehr dort Früchte tragen. Und genau das gerade beschriebene werden wir jetzt am Baum durchführen. Ich lasse hier einen langen Trieb, schneide wieder einen Zapfen, nehme noch einmal einen Ast ganz heraus, lasse hier wieder einen lang und schneide einen Zapfen. Ich nehme hier nochmal das hängende Holz heraus, lasse einen lang, schneide einen Zapfen und arbeite mich jetzt so den Baum durch. So geht das Ganze hier jetzt weiter. Ich entferne nach unten stehendes Holz, lasse einen lang, schneide wieder einen Zapfen, belasse einen lang, schneide den dahinter stehenden auf Zapfen. Und wenn ich mit diesem Schnitt fertig bin, den führe ich in etwa bis auf Brusthöhe durch, das heißt bis in den Mittelteil der Krone, dann kann ich den unteren Kronenbereich bereits wieder so belassen. Im mittleren Kronendrittel mache ich diesen Wechselschnitt bewusst nicht. Dadurch, dass der Pfirsich grundsätzlich stark wächst, passiert es auf ganz natürliche Art und Weise, dass das Wachstum sehr gerne nach oben rutscht. Und das Wachstum soll vor allem im untersten Kronenbereich angeregt werden, um hier den Baum vital zu halten. Wenn ich jetzt in der Kronenmitte im Winter noch schneide, dann versuche ich hier speziell nur zu starke Kronelemente herauszunehmen. Das herauszunehmen, was dann in der folgenden Saison beschatten würde. Das sind vor allem wieder steile Triebe und ich bemühe mich leicht steigendes Holz, nach außen stehend steigendes Holz zu belassen. Hier habe ich einmal in der Mitte schon fast einen Konkurrenztrip, den ich komplett entferne. Und nach diesen wenigen Schnitten bin ich eigentlich mit der Kronenmitte schon wieder zufrieden und kann mich nun dem Wipfelschnitt widmen. Wenn ich mir nun hier den Wipfel des Baumes ansehe, fällt mir sofort auf, dass ich hier einen Trieb habe, der sich mit anderen Trieben der Mitte kreuzt. Diesen entferne ich komplett. Dann habe ich hier einen Konkurrenztrieb in der Mitte, der ebenfalls komplett entfernt gehört und möchte nun auch noch etwas die Mitte herabsetzen, denn wir haben in unseren Anlagen das Ziel, die meisten Früchte vom Boden aus zu ernten. Das Wachstum begrenzt sich genauso wie bei allen anderen Obstarten, indem ich das starke Holz herausnehme und auf etwas tiefer liegendes, möglichst flaches Holz ableite. Mit den gezeigten Schnitten am vorherigen Baum ist von unserer Seite aus der Winterschnitt auch schon wieder beendet. Einen Tipp möchten wir euch aber noch mitgeben, den wir auch schon in einem anderen extra Video erwähnt haben. Und zwar ist es das Entfernen von Fruchtmummien, auf das man im Winterschnitt unbedingt achten sollte. Fruchtmummien sind Früchte, die nach der Ernte am Baum verblieben sind, im Winter im Regelfall dann schon eingetrocknet sind, wo sich hier Pilze darauf gebildet haben, die sich auch ins Holz hineinfressen können. Wenn man Fruchtmummien am Baum beim Winterschnitt erkennen kann, sollte man diese auf jeden Fall entfernen und auch schauen, ob man vielleicht Holzschäden bereits erkennen kann. Wenn Holzschäden aufgetreten sind, dann sollte man auf jeden Fall so weit zurückschneiden, bis man ausschließlich noch gesundes Holz übrig hat. Abschließend möchten wir euch noch als Tipp mitgeben, dass es bei ganz wenigen Obstarten eine so große Sortenvielfalt gibt wie bei Pfirsichen. Bei Pfirsichen gibt es weißfleischige Sorten, gelbfleischige Sorten. Wir haben ein Sortiment, bei dem man mittlerweile beinahe vier Monate jede Woche tolle Pfirsiche ernten kann. Das gleiche, was es bei Pfirsichen gibt, gibt es auch bei Nektarinen und auch bei Tellerpfirsichen. Auch hier gibt es drei Monate mittlerweile weiß- und gelbfleischige Sorten zu ernten. Wir verlinken euch wieder unser Sortiment in der Infokarte und in der Videobeschreibung und senden schöne Grüße aus der Weinstadt Bolsdorf. Wir brauchen Hoy dabei. group quet тел